Hoi Leute, das sind wir hier bei diesem super geilen Wappaschee. Ach, bevor ich das nicht, ich vergesse das ja immer zu sagen, aber ihr könnt ja ab und immer meinen Kanal abonnieren oder mal einen Like-Sahl abonnieren oder so. Ja, und ansonsten sind wir halt hier wieder unterwegs. Guten Tag, wir sind hier bei 526 und ja, wir wollen euch jetzt einfach mal schauen, was jetzt für die Funktion ist, da haben wir jetzt noch ein paar Wappaschee, das sind das Service von Jelena, ja, das werden wir mal sehen, was uns hier jetzt erwartet, auf jeden Fall sind wir mal ein paar Wappaschee, das machen wir hier auch mit der Funktion, das haben wir schon просто. Zimmer Service, Zimmer Service, das hört sich irgendwie so ganz komisch an. Also, Zimmer Service kenne ich normalerweise von woanders. Aber gut, ja, wir gucken mal hier, was, was sich dir erwartet. Also hier, was ist da los? Kollege machte hier gerade die Trauervollen. Hey, I'm driving up to the hotel. I can sneak you past the guards. Hop in. hoch aufs Dach. Ja und jetzt? Moment mal. Moment. Erreichst du das Grand Hotel Caballero? Der Truck von den Speditionshöfen der Nähe sollte hilfreich sein. Ja der ist ja doch, oder? Ist doch der Truck hier. Ja und was soll ich sagen? Ja, ja... Ja, wir haben dich... Das war die Musik, die wir brauchen. Manchmal ist es schwer zu erzählen, ob wir gewinnen oder verlieren können. Wir werden das gewinnen. Ich versuche dir das. Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist Ihr Business? Delivery von Command. Ja, okay. Was ist das? Ich weiß nicht. Es ist nur für Ihr Bus zu open. Ich weiß nicht, was es ist. Was ist das? Hey, das ist was ich gesagt. Du kannst es öffnen, wenn du willst. Der Dentist sagte niemand zu schauen. Oh, es ist für sie. Ja, wir haben aber Glück gehabt hier. Ich habe gedacht, die machen jetzt direkt auf und dann gibt es einen Geballer. Dämpfeier! All right, es wird noch nicht fertig gemacht. Gut ist das. Was ist das? Das ist das, was der Kabel ist. Ich dachte, die Kabel sind immer Zeit. Nicht das. Was ist das? Das kann ich hier machen. Hier kann ich hier sehen. Kundus, Kundus. Also dieses Grand Hotel, das ist auch total abgesichert. Also dieses Grand Hotel, das ist auch total abgesichert. der im n misunderstanding Das war's für heute. Ja! Perrieron, cojones! Ja! Perrieron, cojones! Hey! Silvio! Perrieron! Perrieron, cojones! Perrieron, cojones! Perrieron, cojones! Perrieron, cojones! Yelena, the Jankles is dead. The morale is safe. For now. That's fucking great news, that means. Oh, and I'm working on a gift for you. It? The hotel. I'm taking it. They've tortured their last guerrilla here. You sure you're not the morale, Fanny? I'm just saying. Ain't more than that to kill me! Hey, stop. He's still here. Cut them off! Oh, God! He's still here. So, I'm gonna put it on the fire! I'm gonna put it on the fire. He's staying there. I'm really sure he does do it. The cargo ship can't see it. I'm gonna put it on the fire. You can't sit here. No, 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 no. He's still here. This is great! Jetzt kommt der auf die andere Seite. Wenn du das mal! Keine Ahnung! Woh! 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 Die Kameraden, die sich ergrenzen, haben die meisten Fleißbequen. So sieht es aus, dass das hier alles schon wieder erledigt ist. Nein, 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 da sind noch rote Flecken. Das heißt, wir haben hier noch einen Kandidaten. Wo ist er? Nein, das ist ein blauer. Blau bedeutet immer Freund, Rot bedeutet Fein. Aber einen roten Fleck gibt es hier noch. Das heißt, irgendwo ist hier noch was. Den letzten Zeugen, den wollen wir natürlich auch nicht haben. Wo ist denn der hier? Hat er sich versteckt oder was? Was ist das? 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 Wo ist denn hier? Mein Kollege Wo war denn denn der? Oh, hier sind irgendwelche Giftpflanzen Was? Was ist los? Ich bin im Dunkeln Ich hab Drogen konsumiert Na ja, ich hab gedacht hier Die Giftpflanzen Ja So, wir haben es geschafft Sieht so geil, ganz danach aus Ja 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 Oh, 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 was da los ist? Das ist ja richtig extrem hier. Ja, das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun, ist ja auch keine Demokratie. Stinkt denen gewaltig hier, dass der Plan nicht so läuft, wie er laufen soll. Aber das ist auch nicht richtig was da läuft. Ja. Schlüssel zum Hotelzimmer, Gegenstand, was sind für den Schlüssel? Hey, wie geht's? Spricht mit dir, Lena, hapune. Irgendwie eine hapune soll ich hier... Ich bin froh, dass du immer mit uns bist. Oh, was ist denn? Diese Dose, diese Dose für meine Pferde. Frisch mit Del Tigrum, um den Angriff zu starten. Wir sind am Strand, an der Südspitze des Sierab. Per Ida, und da hat sich den Angriff vor. Ja Leute, das tun wir doch direkt mal verlegen hier, oder? Wo ist denn hier der Ausgang überhaupt? Ja. Wenn es so auf den Krieg geht, ist es, dass wir hier keine, ähm, keine Panzerfaust haben. Aber das ist eigentlich auch total egal, irgendwie. Wie geht's? Na, da steht doch ein Schlitten. Den nehmen wir doch. Der sieht doch gut aus. So. Wo fahren wir denn hin? Hier vorne. Höchste Zeit, Admiral Benitez in ihrer Haupt-Operationsbasis zur Strecke zu bringen. La Morale und ein paar der alten Buellas treffen sich bei der Lopez-Turm-Ruine und starten von dort aus einen Angriff. Finde Benitez, töte sie. Okay. Wie kommen Sie Di miracle? Ja, ja. Ja, ja. Wie passt auch weiter. Wie kommt ihr eigentlich? Wie kommt ihr gerade hin? Wie kommt ihr in Rack-Karte? Wie kommt ihr erst? Wie kommt ihr in Rack? Wie läuft das? Wie kommt ihr in Rack? Wie ist es diese Zeit noch? Das war's gut. Ja, ja, das ist jetzt mal so. Wir haben ja die Missionung erledigt. Oh, oh Manni! Das war's, das war's. Jetzt müssen wir das Auto hier liegen lassen und wir müssen mal so zu Fuß über den Kontrollpunkt Beziehungsweise Da sind schon Leute hängen, schon gesehen Da sind Soldaten wieder unten Es wird hier einfach angegriffen Ich habe jetzt gerade gar keinen Bock auf diesen Kontrollpunkt da Das ist ja hier schon wieder wie Ballern Natürlich nicht so gut Wir haben den Kontrollpunkt immer drum herum Aber Ja, dann joggen wir direkt mal zu Fuß dahin Das ist ja hier mit dem Auto wird das ja auch nichts Wobei, ist hier ein Pferd oder irgendwie was? Was haben wir denn hier für ein Tier? Ah, ist ein Pferd! Einfach ein Pferd hier! Super! Perfekt! Ja! Easy now! Easy! Auto steht da auch? Praktischer geht es ja hier nicht hier! Schlag ab dem Land! Alles da was man braucht! Was ist das jetzt? Ja, aber worhen geht es denn jetzt? Also das geht jetzt gerade mal rein! Ja gut. Vorräte denken, das ist ja jetzt völlig egal eigentlich. Das ist so gut, Horace. Easy. Nein, mein Kollege von dir will ich doch gar nichts. So, dann mal schnell da hin. Sobald der Angriff los geht, sind wir erst weg, wenn Benitez erledigt ist. Not now, Dani. Come here, my baby Tigre. A big battle is on the horizon. I'm just happy everyone is getting along. You did this. Back in 67, it was Santos who could bring the people together. Today, you have that magic. So I'm Santos? No. You are me, the Fist. Now, before every mission, I find that if I imagine myself accomplishing it, I will accomplish it. There. I just imagine us destroying the Nephi. Are we doing this? You kids today. You're so fast with everything. Take in this moment. The world will change in a couple of hours. Hmm. Hmm. We're going to try and look at this one. Yeah! Attack! Oh! 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 Ich bin der Mann, aber ich bin der Beste, ich bin der Beste. Let's show them the sense of Yara's military! I'm a little busy right now! I wanted to thank you for opening my eyes to the truth about Castillo and Berides and Mackay. We couldn't have this conversation before! Before battle, I am speechless. But when I'm in Carlito and bullets are digging, that's when I have my moments of clarity. Cool! I gotta go, Lorenzo! Let's show them what it means to be a true Yara. I want them each covered in Yara, Vlad! Whoever brings me the head of El Tigre, will get a medal! What are you doing? What did they do with the great guns? What did they do with the Panzer? Yeah, that's right! That's right! You're completely injured! I didn't even know. What? Is this Admiral Belites? The traitors of 67 and the terroristas of today are attacking us! Die Zeit hat sich um sie zu zeigen, um die Kraft von Chiara zu zeigen. Anni, das ist mir, Lorenzo. Ich bin ein bisschen beschäftigt. Ich möchte Sie bedanken, dass Sie die Wahrheit über Gaspien und Marietes und McKay haben. Wir können nicht diese Gespräche haben vorher! Ich bin kein Geist. Aber wenn ich in Carlindo und die Bühne sind, dann habe ich meine Momenten der Klarheit. Ich muss gehen, Lorenzo! Ich zeige ihnen, was es ist, dass sie durch Garen haben. Ich will, dass alle in der Rilla blöde kommen. Wer mir die Hälfte der Hälfte, wird ein Geld bekommen. Wieso ist denn der rückwärts gefahren und hat mich erledigt, das ist ja geil ey. Also, was haben wir jetzt dazu gelernt? Nie von hinten reparieren, weil der Panzer kann auch einen Rückwärtsgang einlegen. Wieso? Wieso? Das ist Armirad Benitez. Die Trailer der 67 und die Terroristen von heute sind uns verletzt. Die Zeit hat sich um sie zu zeigen, die Kraft von Yara. Ich bin ein bisschen beschäftigt, jetzt. Ich möchte meine Augen auf die Trüte über Castillo und Benitez und McKay. Wir können nicht diese Gespräche vorher haben! Before battle, I am speechless. But when I'm in Carlito, and bullets are dinged, that's when I have my moments of clarity. Cool! I gotta go, Lorenzo! Let's show them what it means to be a true Yaren! Milet Tigre got you covered! I won't have each covered in guerrilla abroad! Whoever brings me the head of El Tigre will get a medal! Let's go! Stop them! This barrel will go down in history! Let's go! Ich bin jetzt nicht so schnell. Ich bin jetzt gut, Lorenzo. Ich bin gut. So ist Carlito. Es ist wie ein Reconnect mit einem Lomroost Lummer. Was ist ein kleiner Cross? Das ist nichts Neues. Er ist nicht so schnell. Er ist nicht so schnell. Ich bin nicht so schnell wie viel Carlito ist, Danny. Das ist nicht so schnell. Ich bin nicht so schnell. Sie können nicht so schnell gehen. Die Panzern. Haben Sie das? Sie müssen die Panzern rauskennen. Sie müssen sie rauskennen. Sie müssen die Panzer rauskennen. Lass uns die Panzer rauskennen. Okay. If you're not dealing with a guerrilla inside, then you're killing guerrillas outside! Let's go! Venom! Confirmado! Move! Let's go! Excellent! That tank was the most powerful weapon! Now, it's time to kill these fake Yaren rats! Find the admiral! Get a guerrilla! Follow protocol! Ah! Shit! No, there's no one yet. Take it! The target! Cover me! This is so... No! No! Let us go! No! Let us go! You are all going to die here. And I will deliver your corpses to Presidente Castillo myself. Release the poison. This will all be over soon. I need to stop the poison being pumped in here. Ich bin hier. Vielleicht gibt es ein paar Välber, die ich kann. Hey! Don't do that! Ah scheiße Leute. Habt ihr das gesehen mit dem Gift? Das geht hier ganz schnell mit dem Gift. Tja, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier irgendwie vorwärts gehen können. Ja, da muss ich mich sehen. Gehter, Guerinja! Seht ihr die Protokolle! Alles klar. Da geht's zu lösen! Werden Sie mich! Das ist eben. Geht. 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 Don't fucking move! Ihr all going to die here, and I will deliver your corpses to Presidente Castillo myself! Release the poison! This will all be over soon! I need to stop that poison being pumped in here! Hey! Don't do that! Ring off! Nein! I am arsch! Scheiße Leute! Man muss hier in Sekunden schneller da hochklettern und auch diesen anderen Hahn zudrehen, ansonsten ist hier alles vorbei! Ja, da hat er was! Ja, da hat er was! Ja! Nee! Get a guerrilla! FURROW PROTOCLE! Sie werden alle sterben hier. Und ich werde deinen Korpsen auf Presidente Castillo selbst geben. Ich werde den Korpsen verletzen. Das wird all beendet werden. Hey, nicht mehr. Oh, you are going to fall. Haben wir noch eins oder was? Das ist ja richtig mies hier. Ich werde den Korpsen verletzen. Was ist denn supposed to happen? Ich werde den Korpsen verletzen. 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 Das ist ja wahrscheinlich die Präsidentin da, die in einem kompletten Schutzanzug ist. Militärische Ziele, Hinterhalte. Dann wieder von da an. Da, da, da! Da, da! I'll kill you! Da, da, da! Da, da, da! Don't get up! De Lord, mira! Ah! It's dinner! Don't take us! Up it up! You're on the hammock! You are all going to die here, and I will deliver your corpses to Presidente Castillo myself! Release the portion! This will all be over soon! Oh, you are going too far! Uh! 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 Oh, you are going too far! Perfekt! Kuh! Ja, udech! Kuh! 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 Was gibt dann denn hier noch? Wir haben doch gar kein Gift mehr. Wie kann man es denn abschalten? Jetzt komm raus! Wie kann man es denn sein? Ah, da haben wir noch ein Rohr. Wir haben es gesehen, ihr habt es gesehen, Leute. Wir haben es gesehen, ihr habt es gesehen, ihr habt es gesehen, wenn ihr hier auch nicht Oh, okay. Oh, okay. How do they get to all the walls? I guess I'll have to kill you myself. That's okay, they're back. Soft gas for you! You can't kill me that easily, Benitez. Hey, baby Tigre, you still there? Si, si, si. There seems to be fucking death around every corner here. Then make sure you're on the other side of those corners. Thank you that you have the task to prove the air filter system from Fort Funks. I'm going to help you for years with my department. Stop, Tigre! And now? Let's go on here. Let's go on here. Ugh. You will die here alone. More rail. Come on. Get me the fuck up here. Open my cell. You can do it in the control room. Was soll die jetzt der Gefängnis eröffnen? Was soll die 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 Gefängnis eröffnen? Aufgett, push! ¡Aber! 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 ¡Esperante! ¡Esperante! You ready, it's my middle name. Die Guerrilla profaner sind in der Nähe! Stop them! Sparenlos! Wenn wir heute verlieren, die Terroristen haben die Kontrolle über den Este. Hold hier für so lange Sie können! Ich habe die Enforcementen. Das ist ein Bottlenk. Sie haben hier die Vorteile. Wenn da eine ...eine Rzzelassen könnte. насколько Chäde sind. Ich bin ein Bottlenk. – Das Gerritas ist auf. – Verkundan! Wir müssen die Gaten abstehen. – Verkundan! – Verkundan! – Verkundan! – Wir müssen die Gaten abstehen! – Verkundan! – Ich möchte die Gerritas deaden in den nächsten 5 Minuten! 5 Minuten! Ja! Ja! Ja, ja! Oh, den ganzen Tag! Oh, den ganzen Tag! Oh, den ganzen Tag! Hell, Wal, Wal! The Admiral is hiding in her little cage! Let's pump that sheet open and take her out! I hope that does not happen again! Open up and eat us your drugs! I'll break this fucking door down! The question is now... How do you do this here? Oh, God! Too big! I can't open it! I think I tried to be enough! I got it! This will come! We'll aim the cannons inside the fort! Let's synchronize the cannons so we can blast them open! All right! Get your ass out of the way! Hurry, Daddy! Get in the cannons! Ya! I will not surrender! Reinforcements are coming! Give me a sec! Clearly! Protect Yelena! In here are my reinforcements! This is right! This is right! Get in the cannons! Help me! The fuck! Move me! The fuck?! Get in the cannons! Get in the ressent. No! Ich kann mich noch mal vorstellen? Schau. 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 Was das für Firewall? Kann ich etwas zu helfen? Cover my feet! Doe es dann! Let's start the head of the floor, knifing himself! Das war's für heute. 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 wird sie kommen, wird sie kommen, wird sie kommen. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.